Servus König, dass man dich schon mal sieht hier. Gude, was geht ab? Ja, beim letzten Mal haben sie mich ja hier hochgenommen und festgenommen. Ich hab's gelesen. Ja, in der Presse. Ich hab's in der Presse gelesen. Ja, und davon ist die Hälfte nämlich gelogen. Sag mal, was war denn da los? Da haben sie geschrieben, du bist mit dem Achsebeil rumgelaufen. Haha, das war so eingepackt, aber... Zeige mir erst einmal, wer ist denn das hier? Wer ist denn das hier? Das ist von deinem Zepter, der neue Kampf? Ja, fragen Sie mich die ganze Zeit. Eigentlich ist das nur Wanderste. Sieht geil aus, hast du das selber gemacht? Ja, ja, improvisiert. Wie so ne Saw-Maske. Nein, das ist die eiserne Maske, die ich normalerweise trage. König expandiert, wie ich sehe. Er hat hier auch nicht nur eins, sondern zwei, drei, vier Energies stehen. Ja, fast leer. Was ist das, der Frauenfischer? Da fischst du damit die Frauen ab, oder? Geil, Digga. Bist du jetzt selbstständig, oder? Ja, zwar noch nicht angemeldet. Und das hier sieht aus wie ne Schussweste, sieht richtig gefährlich aus. Hahaha. Da machst du die Kamera da vorne drauf, ne? Ja, ich habe drei Stück. Geil, Digga. Und hier für die Aufträge schreiben die Kulis hier? Ja, die Auftragslage, ich kann denen nicht nachkommen. Suchst du noch Mitbewohner bei dir im Haus? Was? Bist du als Eigentümer, ne? Eigentümer? Ich hab ne Wohnung und ich hab so ne Mitbewohnerin. Die Laura? Ja. Doch. Und die bei dir? Ja, schon lange. Boah, das gibt's doch nicht. Ja. Und wie macht du dich so? Haha, geheim. Aber am Sondag, ja, dann geht's los. Und ab dem ersten, zweiten startet mein OHG. Was heißt OHG? Offene Handlingsgesellschaft. Okay, was machst du, was bietest du an? Ja, An- und Verkauf von Gebrauchbaren, Raritäten. Cool. Ja, und ... Also Antiquitäten auch? Ja, und vor allem therapeutische Leistung, Beratung in Sachen BTM. Ja, ohne Scheiß. Mehr, oder? Ja. Das ist einzigartig, das ist ne gute Geschäftsführer. Hä? Beratung in Sachen BTM. Nein, ich hab sogar bei der ... Da, ich glaub, da ist Strom leer. Nein, 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 wir haben nur die Akkusfaste. Wir haben nur ein bisschen Saft auf dem. Und zwar hatte ich schon ne Bewerbung bei der Polizei als Sonderberater angegeben. Als V-Mann, oder? Als V-Mann? Ja, seit zwei Jahren läuft die schon. Als V-Mann, oder was? Nee. Nein, also als Berater. Für Sonder. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Der Aushalt berechtigt zum Betreten der Werksanlagen und Geschäftsräume der Firma? Nestle. Was? Ja. Nestle? Warum Nestle? Okay. Bist du bei Nestle, oder? Du hast ja viele Ideen am Start. Viele gute Geschäftsräume. Jaaa. Mal abgesehen davon, diese Titten werden beschützt und einmal in Heißen Augustmann. König. Da gibt's noch mehr. Herr König. Aber das, was in der Zeitung stand. Da steht nämlich nur die Hälfte, weil ich muss nämlich doch mal hingehen und sagen, was das ist. Da steht, die haben dich mit 450 Gramm Marihuana hier am Bahnhof damit. Jaaa. Du beschlackt dann die Scheiße. Oder du darfst noch eine Tüte rauchen. Also was... Nein, 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 nein. Also, die haben ja das Gras angegeben, aber das Kokain nicht. Ja, zu Hause gab's doch mal ein bisschen Schnee. Ja, nein, nein. Das, was dabei war. Ja, aber jetzt hast du nichts mehr am Start. Jetzt bist du sauber oder was? Nein, also, ich hab auch zur Polizei gesagt, ich verkauf das nicht, ich therapier das. So, Eigentherapie. Eigentherapie. Und vor allem, was machen wir mit den Leuten, die vom Amt oder von Krankenkassen nicht unterstützt wird. Das ist wie in der Kommune. Du bist wie in der Kommune, hilfst du den Leuten sozusagen. Die Ärztenmafia, Pharmaindustrie. Genau, die Pharma-Mafia. Und vor allem die Regierung. Was ist mit der Regierung? Die Regierung, die hat mir schon hier im März 2019 meinen Rucksack geklaut. Ja. Mit allen Geheimnissen, Verträgen, Zukunftspläne und vor allem meine, äh, ja, vor allem meine Verträge mit Frankreich. Genau. Als du auf der Platte warst, hast du gesagt, du willst König von Frankreich werden. Was ist das aus diesen Plänen geworden? Nein, das sagen die zu mir. Aber, äh. Und lass dir mal wieder eine Bart wachsen. Wer soll deine Bart wachsen? Ja, ich hab, ich hab einen privaten Kreditvertrag. Ja. Dann hat Axa Frankreich mir noch mein Leben versichert. Kannst du an die Plauzie AG auch noch die Kohle abdrücken? Nein, das ist eine große Verschwörung in der Regierung. Und danach haben sie mein Handy geklaut. Ja. Genau, der dicke Bulle. Der Gorilla. Der hat mir mein Handy geklaut. Das haben wir schon angezeigt. Niemand hat dir was geklaut. Niemand. Doch, doch, doch. Sag nichts über die Polizei hier. Ja, doch, muss ich. 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 Ja, du. Aus dir ist was gekommen, Mann. Sie ist frisch aus, Mann. Ja. Ich weiß noch, wie du mit der Kuppe und mit dem Einkaufswagen rumspaziert bist. Ja. Und da vorne kommt der Hiha. Komm mal mit drauf jetzt, Cowboy. Hiha. Das gibt es der König und der Cowboy auf einem Video. Das ist doch Wahnsinn. Hallöchen. Grüß dich. Alles klar. Was geht ab, Cowboy? Ja. Weißt du, wer das ist? Das ist der König vom Hauptbahnhof. Der Kai der König. Der Erste. Von Gernsheim. Frankreich. Frankreich, Gernsheim, Darmstadt, König. Eigentlich heißt das, wählt die Partei und dann habt ihr ein neues Kaiserreich. Oder ein altes neues Kaiserreich. Eine neue Bombe. Aber deine neue Bombe. So französisches Blut. Da musste die französische Fremdenlegion, wenn du französisch blut hast. Hey, 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 hey. Schau mal auf dem Baubi. Oh, da guck ich schon wieder. Hiha. Hiha. Check ich gar. Oh, Cowboy, wo wohin das Weg ist? Eke, und da rettst du wie mein Kaul. Wohin das Weg ist, hier ist der Medizinmann, der Apotheker. Der Medizinmann ist hier. Nein, ich muss eigentlich auf die andere Polizei wachen, um die Bundespolizei zu verklagen. Das sieht scharf aus, Cowboy. Das sieht gefährlich aus. Nein, das trage ich normalerweise drunter, unter dem Heck versteckt. Hörst du die Weiber mitfotografieren? Ha, ha, ha. König. Jetzt hör doch mal an dem König. Und König, hast du im Apothekenstübchen auch für uns parat?